Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange. Wir gehen jetzt mit Chlorians Geheimversteck. Wir gehen erstmal dran. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Wieso? Mal gucken, wie es jetzt geht. Okay, Supergirl. Let's go to my secret place. Sonst gehen wir mal nicht dran. Ja gut. Irgendwas war gerade mit der Auflösung richtig. So. Ich würde sagen, wir lassen uns bei der Entscheidung. Wir werden beobachtet. Was ist wie ein Schrabplatz? Das wird so cool sein. Slow down. Wait for me to get your present. Du kannst einfach die Zeit zurück. Wir müssen Sie jetzt testen. Wir müssen Sie jetzt nachzudenken. Willkommen in American Rust. Meine home away from hell. Raw and rough. Es suit sich. Max, du weißt, wie großartig das ist? Ich habe meine beste Freundin zurück, und sie ist auch super-sized. Wir wissen nicht für wie lange. Wir werden noch verfolgt, denke ich mal. Okay. Dann suchen wir mal für den Flaschen. Was ist das denn? Okay. Heißt jetzt, hier werden wir wahrscheinlich öfters mal welche rumschießen. Oh, gross. So disturbing to see old syringes on the ground. I bet I could get on a boat from a higher location. Da gehen wir gleich lang. Ich würde sagen, wir gucken erst mal hier weiter. Hm. Ich könnte dieses Board als Brich nutzen. Es sieht nicht zu schwer. Okay. All this rustic metal makes me feel serene. Am ich morbid oder nur goth? Ja, gut. Gut. Was haben wir hier noch? Okay. Da wollen wir da nicht lang. Eat shit and life. Okay. Okay. Das erste Fasschen haben wir schon mal. Okay. So, wir werden gleich runterfallen. Können wir damit was dann anfangen? Okay. Das ist ja gleich runter. So süß, da ist ja ein Eichhörnchen. Was ist die nächste Flasche? So, jetzt fällt das gleich runter. So, jetzt sollte es gleich runterfallen. Oder auch nicht. Gut dann, egal. Gut, da können wir auch nicht weiter. Okay, dann gucken wir hier weiter. Ist das eine Waschmaschine? So, ich guck mal hier weiter. Was haben wir hier noch? Autoverrack. Wirklich. So, äh, das ist ein Zug. Okay. Lass mal ein Foto machen. Aber es ist durchsichtig. Es ist ein Geist. Anscheinend. Das heißt, wenn wir auch gar nicht sehen können, denke ich mal. Ne, wenn wir auch nicht sehen, sehen wir auch nicht. Ist hier irgendwas, was wir sehen können? Können wir auch nicht mit interagieren. Ne, ich will mich gar nicht hinsetzen. Nein, 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 nein. Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht, Mensch. Wir müssen noch Flaschen suchen. Hier ist noch Müll. Kleidung. Okay. Hier haben wir nix weiter. Ist auch nix. So. Dann gehen wir mal hier wieder weiter. Gucken, was ist das hier? Hier ist auch noch mal ein Hemd. Hier kommen wir her. Alte Puppe. Ja. Wir wissen auf jeden Fall, dass eine Flasche oben irgendwo ist. Und wir müssen das irgendwo mitnehmen. Aber wie ist die Frage. So. Hier ist eine Flasche. Nehmen wir mit. Und kaputt. Die Kiste. Die bewegen wir mal davor. Damit wir da raufsteigen und die Flasche holen. Das ist auch Nummer drei. Das ist ein Schulbus. Können wir mal ein Foto von machen. Erstmal würde ich sagen. Das ist der Churk von ihr. Das Schild. Da wollen wir gar nicht lang. Ne, da wollen wir nicht lang. Hoffentlich da gar nicht hinwollte. Ich wollte ja eigentlich da hinten zum Truck enden. Aber da dürfen wir wo anscheinend nicht hin. So drei Flaschen haben wir bis jetzt. So, wie kommen wir jetzt da oben hin? Stuhl. Auf einer anderen Seite ran. Ich guck mal kurz, wie wir das machen. Können wir mit dem Stuhl interagieren? Wie geht das? Ja, ich würde sie gerne nehmen. Achso, vielleicht zusammen mit Chloe vielleicht. Und eine Flasche hat ja Chloe. Ich bin gar nichts mehr für bereit. No way. I still don't even know how my power works. Or for how long. Dude, you fuck shit up. You rewind. You fix it. Drop the mic. Boom. Spin, rinse, and repeat. I'm just altering time and space. Oh yeah, and history. No biggie. You already altered history by saving my life, smartass. Let's see what else you can do. Huh. Where there's a boat, there's a pirate, which means booze bottles. I prepare the shooting range while you look for some bottles. Na gut, ähm. Mal gucken, wie ich das am besten machen. I bet I could get on the boat from a higher location. Ah, okay, verstehe. Eventuell. Verstehe ich. Hier wollen wir noch gar nicht drinnen. Now we're officially a trio. We just have to find Rachel. So Rachel did go to a Vortex Club party. Hm. This flyer is dated right before she disappeared. I want to die. Jeez. Who wrote this? Who wrote this? One more bottle to go. Wieso nehmen wir nicht die nächste Flasche von Chloe? Ouch. Okay. Okay. Das war ein Baron. Okay. Okay. Schöne Bon. Schöne Bon. Rachel Songs. I wonder if Chloe would ever make me a Mixtape. I can't see Chloe playing with Makeup. Armband. Sie haben halt die Zeit gehabt, sozusagen, wo sie weg war, ne? Ja, hätte. Ich wäre echt ständig weggegangen. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Das ist aber ein schönes Ding hier. Ein schönes Teppichbild. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hochkommen. Jetzt fährt es gleich zurück. Richtig. Ist irgendwas geschwägert oder so? Nein, hat es nicht. Ich verstehe jetzt nicht, wie wir das machen sollen am besten. Boot, ja. Auto fragt, Hemd. Ist ja irgendwie an der höheren Gelegenessstelle. Aber wie machen wir das? Du musst da hoch, irgendwie. Hier muss ich hoch. Ah, okay, ich bin echt dämlich, ne? Wirklich doof, ey. Wirklich doof. Jetzt haben wir das nämlich schon gemacht. Ich glaube, erstmal kurz, bevor wir das machen, ich hier nochmal eben kurz. Jetzt können wir da rüber gehen. Und wir haben die Flasche mit. Haben wir Nummer 5. Setzen wir uns mal hier hin. Jetzt bin ich der Käpt'n von dem Schiff. Also, wenn wir das Schiff sind, ist das Dive. Ich sehe, wie Chloe hier. Sie ist ein Steampunk. Es ist eigentlich so, wie Chloe und ich haben Kinder wieder. Wir sind wieder weg. 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 Ich würde sagen, dann machen wir hier einen Cut, Leute. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.